Nikolai war der serbisch-orthodoxe Bischof von Zika und auch Urit. Der umstrittene Geistliche wurde am 19. Mai 2003 von der serbisch-orthodoxen Kirche heilig gesprochen. Nikolai gilt als einer der Mitbegründer der politischen Ideologie des serbischen Nationalismus des heiligen Seve. Er gilt als einer der Inspiratorin der serbischen faschistischen Zedboer-Partei, die in Serbien während des Zweiten Weltkriegs mit Nazi-Deutschland kollaborierte und war persönlicher Freund des Parteichefs und Faschistenführers. Dimitri Iliotik Nikolai wird häufig wegen seiner antisemitischen Positionen kritisiert. Einen der zentralen Punkte in Nikolais Gedankenwelt bildet die Kritik des Humanismus der europäischen Zivilisation, des materialistischen Geistes U.E. in Europa, die er als großes Übel bezeichnete. Er war tief beeindruckt von der serbischen mittelalterlichen Geschichte zur Zeit der Nehmann-Dynastie, die nach seiner Ansicht das Paradigma der serbischen Gegenwart werden sollte, leben. Nikolai wurde 1881 als Nikolai Velimirović in dem kleinen serbischen Dorf Lelik bei Valjevo geboren. Er wuchs in einer frommen Familie auf. Schon früh wirkte Velimirović im Kirchenleben mit und beschloss angeblich mit elf Jahren Mönch zu werden. Er besuchte die Priesterschule in Belgrad, wo er schon damals wegen seiner Redekunst bemerkt wurde. Bis 1908 studierte er an der altkatholischen Fakultät der Universität Bern, wo er die Doktorwürde in Philosophie erlangte. Danach studierte Velimirović in Oxford und erwarb ein weiteres Doktorat. In England entwickelte er eine tiefe Freundschaft zur anglikanischen Kirche, die er später pflegen sollte. So war Velimirović auch der erste Nicht-Anglikaner, der in der St. Pols Cathedral predigte. 1909 kehrte er nach Belgrad zurück und wurde Mönch. Um den starken nicht-orthodoxen Einfluss auf Velimirović einzudämmen, schickte ihn der damalige Belgrader Erzbischof und spätere Patriarch Dimitrije Pavlović zum Studium an der orthodoxen Fakultät der Universität von St. Petersburg in Russland. 1911 wurde Velimirović als Supplent an der Theologischen Priesterseminarschule in Belgrad berufen. Während der beiden Balkankriege 1912 bis 1913 wirkte er als Seelsorger und half kranken, Armen und Leidenden. Aus diplomatischen Gründen schickte ihn dann die serbische Regierung 1915 in die USA, wo er während des Ersten Weltkrieges gemeinsam mit Nikola Tesla und Mihailo Pupin das serbische und jugoslawische Anliegen verteidigte. 1919 wurde Nikolai Velimirović schließlich zum orthodoxen Bischof bestellt. Im gleichen Jahr schuf er die Bewegung der Bogomol JCI, der Gottesbetenden, eine geistliche Bewegung von frommen Laien aus dem einfachen Volk. In den 1930er Jahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Prediger, trat Velimirović als die Hauptfigur und Stimme der Orthodoxie im Königreich Jugoslawien auf. Velimirović war ein Verfechter einer Gesellschaft, die auf christlich-orthodoxen Traditionen und einer Monarchie gründen sollte. Als Antwort auf die zunehmende Verbreitung von faschistischen und rechtsnationalen Ideen in Europa der Zwischenkriegszeit begründete Nikolai Velimirović den sogenannten christlichen Nationalismus, den er dem ethnischen Nationalismus entgegensetzen wollte. In seinem christlichen Nationalismus forderte Velimirović eine Rückbesinnung auf christliche Werte, die er als nationales und kulturelles Fundament insbesondere der Serben betrachtete. Mit dieser Art von Vaterlandsliebe versuchte Velimirović über nationale Unterschiede hinaus zu gehen. Das Bekenntnis zur Monarchie als einer gottgefälligen politischen Ordnung stand dabei im Zentrum. Velimirović sprang ehrte Faschismus, Kommunismus und Rechtsnationalismus sowie auch die kritiklose Übernahme fremder Modeerscheinungen als weltlichen Unfug an. Nikolai Velimirović und der Patriarch der serbisch-orthodoxen Kirche Gavrilo Dozik, die in diesen Zeiten als die einflussreichsten Vertreter der serbischen Orthodoxie galten, wurden im Juli 1941 aufgrund von Beziehungen zu Widerstandskämpfern von den Besatzern festgenommen und in verschiedenen Klöstern interniert. Am 14. September 1944 wurden sie in das Konzentrationslager Dachau überführt. Nach den Aussagen des Priestermönchs und späteren Bischofs Atenasie Jevditsch deswegen, weil sich beide weigerten, die kommunistische Partei im Namen der serbisch-orthodoxen Kirche zu verurteilen. Im April 1945 wurde Nikolai Velimirović aus dem KZ Dachau entlassen, um die jugoslawische Nationalarmee zu segnen und dieser als religiöse Leitfigur zu dienen. Die jugoslawische Nationalarmee, nach Istrien geflohen, Liothek-Anhänger, Chetniks des Wojvoden, Tujic und des von Mihailovic abgefallenen Generals Damnianovic sowie slowenische Domo Branschi, hatte sich den Kampf gegen die kommunistischen Partisanen zur Aufgabe gemacht. Sie versuchte, Kontakte zu den westlichen Alliierten aufzubauen und rief den im Londoner Exilweilenden jugoslawischen König Peter II. Auf nach Slowenien zu kommen Dimitri Jyotik verunglückte im April 1945 bei einem Autounfall in Slowenien tödlich und Nikolai Velimirović wurde in das KZ Dachau zurückgeführt, wo er und der serbische Patriarch nach Kitzbühel verlegt und am 8. Mai 1945 von der 36. US-Division befreit wurden. Anders als der Patriarch kehrte Nikolai Velimirović nicht in das nun kommunistische Jugoslawien zurück, sondern emigrierte. Nach einem kurzen Aufenthalt in Europa, 1946 in die USA. In den USA wurde Velimirović zum Sprachrohr der serbischen Immigranten, die an der Monarchie festhielten und das kommunistische Jugoslawien ablehnten. Nikolai Velimirović verstarb in den USA am 18. März 1956 und wurde in einem serbisch-orthodoxen Kloster bei Libertyville beigesetzt. Am 3. Mai 1991 erfolgte die Übertragung seiner Geweine aus den USA in seinen Geburtsort Lelik in Serbien, gemäß seinem Vermächtnis, dass seine sterblichen Überreste in seiner Heimat begraben werden sollen, Würdigung in Serbien. Obwohl Velimirović einen erheblichen Teil seines Lebens in westlichen Ländern verbrachte, sind sein Leben und Wirken, auch sein literarisches Schaffen vor allem in nicht-orthodoxen Kreisen wenig bekannt. Dabei ist Bischof Nikola einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der neueren serbischen Geschichte. So gelten seine Ideen auch heute noch innerhalb der serbisch-orthodoxen Kirche und der serbischen Politik als sehr einflussreich. Velimirović genießt innerhalb Serbiens größte Anerkennung und gilt als eine der wichtigsten religiösen Persönlichkeiten seit dem Mittelalter. Seine Bücher sind in serbischen Buchläden weit verbreitet und wurden allein in den letzten zehn Jahren über eine Million Mal verkauft. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Nikolai Velimirović, Bischof von Orit und Zika, einer der angesehensten serbischen Geistlichen. Berühmt für sein Charisma, seine Ausdrucksstärke und Begabung. Sich selbst bezeichnete er oftmals als einen Narodni Ratnik, ein Arbeiter für das Volk. Viele orthodoxe Serben verehren Nikolai Velimirović schon lange als Heiligen. Die offizielle Heiligsprechung seitens der orthodoxen Kirche erfolgte aber erst 2003 unter dem Patronat des ökumenischen Patriarchen Bartholomeus. Als Gedenktage für den Heiligen wurden der 18. März und der 3. Mai im Kalender der serbisch-orthodoxen Kirche festgesetzt. Kontroversen Velimirović ist heute politisch sehr umstritten, da seine Gegner ihm vorwerfen. Er habe bereits in den 1930er Jahren in seinen Schriften antisemitische Thesen vertreten. 1985 wurde von serbischen Migrantenkreisen in Linz ein Buch veröffentlicht, das er während der Kriegsjahre in der Zeit seiner Anhaltung in Dachau verfasst haben soll, unter dem Titel SRB Mark Rutz Tamniki Posor, in dem er die Schuld am Kriege den verschiedenen antichristlichen Ideologien in Europa und der Abwendung der Völker vom Christentum zuschrieb. Hinter den Weltanschauungen wie Demokratie, Sozialismus, Pazifismus, Kapitalismus oder Kommunismus sah Velimirović bzw. der Verfasser das Wirken der Juden, die im Dienste des Teufels stehen. Über die Authentizität des Buches herrscht heute in serbischen Kirchenkreisen und darüber hinaus eine starke Diskussion, da die Befürworter der Authentizität des Buches meist radikal politische oder antikirchliche Positionen vertreten, während die Gegner darauf hinweisen, dass es vom Buch kein Original gibt. Außerdem sei ihnen die Legende über die Entstehung des Buches nicht glaubwürdig. Noch entspreche der Inhalt der bekannten politischen Haltung von Velimirović, der Zeit seines Lebens als Anglophiler bekannt war, während im Buch England, welches sich in den Klauen der Juden befände, als die Wurzel alles Übels der Welt angesehen wird. Diejenigen, die sich mit einem angeblichen Antisemitismus Velimirovićs schwer tun, weisen auch auf den Fall Ella Trifunovic-Gab. Neuhaus, eine Jüdin, die mit ihrer Mutter von Velimirović 18 Monate lang im Kloster Ljubost in Jahr versteckt gehalten wurde. Ella Trifunovic verfasste 2001 einen Brief an die serbische Öffentlichkeit, in dem sie damaligen Antisemitismus-Vorwürfen gegen Velimirović entgegentreten wollte, Schriften Glaube an die Auferstehung Christi Theol Dissertation, Bern 1908 Französisch-Slawische Kämpfe in der Bocca di Ketoro 1806 bis 1814 Philos Dissertation, Bern 1910 Religia in Jego Seva, Belgrad 1911 It's not greha i smrti Besiede i Misli, Belgrad 1914 Serbias Place in Human History, London 1915 Serbia in Light and Darkness, London 1916 Molitvena Jezeu, Belgrad 1922 Oritzke Prolog, NIS 1928 Gedanken über das Gute und Böse Zürich 1932 Nationalizems Vetoksev, in Sano-Slovenskoy Religigi Belgrad 1935 C.C.C.T.I. Malonaro de S.R.P.C.I. Belgrad 1939 Vojna i Biblia Novicet 1940 Trimolitve U.S.E.V.C.I. Nemaki Bayonetta, Fien 1945 Emanuel S.Name Boc E.Boli 1947 Pobidio I.C.S.M.R.T.I. Pravoslav Nascitanja Z.A.S.V.A.K.I. Dengodine, Hannover 1949 Zemlya Nedodia, Jettna Modena Baika Pesme Molitvene, München 1952 Kasiana Naukao Riscanskomposhmanjou Yubawi München 1952 Divan, Naukao Kudesima München 1953 Verasveti, Katechizis Istokne Pravoslafen E.C.R.K.V.E. Belgrad 1968 Sabranadela, 12 B.D.E., Düsseldorf 1976 F.F. Eiseberanadela, 10 B.D.E., Valjevon 1997 F.F. Im Jahr 1960 trug der Patriarch der serbisch-orthodoxen Kirche Dermin die Entscheidung des Synods mit Wilimirovitschs Oritzke Prolog aus dem Jahr 1928 neu aufzulegen. Nachdem zwei Druckereien den Auftrag abgelehnt hatten, konnte das Buch nur veröffentlicht werden, nachdem der gesamte Text durchgesehen zwei deutige Stellen und Wilimirovitschs Name gestrichen und der Titel auf C.T.S.V.T. geändert war. Nach dem Ende des kommunistischen Regimes erschienen in Jugoslawien zahlreiche Schriften von Wilimirovitsch neu. In deutscher Sprache liegen mittlerweile einige Übersetzungen vor, wie der Prolog von Ochit oder die Gebete am See. In seinem nach dem Zweiten Weltkrieg verfassten Roman Ucemlci Nego Dici kommt seine politische Einstellung noch einmal zum Ausdruck, wo der Hauptheld in den Rhein des Raza Mihailovic gegen die faschistischen Besatzer kämpft und zu Gott für die Errettung der Serben von den Gottlosen betet.